Unsere Oma war bei den Molensiers dabei und hat so gesehen, wie fantastisch das abgelaufen ist und dass es so aufregend war für Schuhradler und Zuschauer und das sollte uns jetzt auch nochmal anfangen. Ich habe schon so viele gute Eindrücke gehabt, dass ich das gar nicht mehr davon kaufe. Das waren so viele Momente, die einfach so schön waren. Ich bin da, weil ich eine super Idee finde, dass alle Menschen die Möglichkeit haben, das zu machen, was sie gerne tun würden. Also alle Möglichkeiten im Sport haben. Die begeisterten Sportler, die alle so freundlich sind und davon zugehen. Ich habe es auch mal gesehen, die wirklich voller Begeisterung hergekommen sind und auch die Leute umarmt haben. Auch das Herzliche und das Glückliche. Die Stimmung und dieses Flair sind einfach sensationell. Die Freude an der Bewegung, die Freude am Miteinander. Das ist die Publikationsphase. Also absolut das Volatil der Idee zu den Menschen mit dem Hin und Runde beeinträchtigt. Die Freude an der Bewegung, die sich immer wieder zu machen. Sie sagen, dass ich das für dich hierher störe. Aber die Fakt der Sache ist, dass alle, alle, Ihre Specialen Olympians, mich, auf mich. Also ich hoffe, dass, wenn Sie hierher verlassen, Sie sagen, I'll be back.